Wie sieht die Inflation einer mittelständischen Familie mit einem Kind und einem Neugeborenen aus? Wir sehen eine deutliche Preissteigerung bei beispielsweise Weizenmehl um fast 68 Prozent über die sieben Jahre. 2015 hat ein Kilo Weizenmehl noch etwa 59 Cent gekostet, dieses Jahr zahlen wir schon 99 Cent. Am größten ist die Inflation bei unserer Beispielfamilie bei Butter. Butter ist im Preis um ganze 119 Prozent gestiegen, und zwar von ungefähr 1,59 Euro auf 3,49 Euro dieses Jahr. Es sind aber auch ein paar Produkte günstiger geworden, wie etwa Windeln oder auch die Gebäudeversicherung. Insgesamt kostet dieser Warenkorb 38,49 Euro mehr, dies entspricht einem Anstieg von 19,34 Prozent. Wie sehen eure Erfahrungen aus? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch Sparteam interessieren, schaut mal in dieses Video rein. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video hier geholfen hat, und abonniert unseren Kanal, wenn wir ein Update-Video zur Inflation und Preissteigerung machen sollen. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.